Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy XIII. Und äh, ja. Ich weiß, es heißt Team Nora und nicht Team Nova. Ich weiß nicht, wie ich auf Nova gekommen bin. Ich hab echt keine Ahnung. Ähm, vielleicht wegen Genova von Final Fantasy VII. Kann sogar gut möglich sein. Aber warum Team Nova, fragt mich nicht. Egal, wir gehen jetzt weiter. Aber erstmal die 63.000 Punkte ins Crystarium aufnehmen. Das wäre sinnvoll. CP plus 100 wäre auf jeden Fall dezent geil. Magie plus wäre auch geil. Ja, läuft. Ähm, bei Fang. Ja gut, Magie braucht die jetzt nicht so wirklich, ne? Egal, die kriegt dann auch die Angriffskraft da hinten. Sehr viel Angriffskraft. Gut, und der Hopi, der Hopi, der Hopi, der Hopi, der bekommt natürlich alles wieder einen Heiler rein. Oh, TP. Der Hop kriegt TP. Wer hätte damit denn mal gerechnet? Das ist ja ein Wunder. So. Dann können wir jetzt weitergehen. Wow. Wow. Yo. Yo. Jetzt vibriert er erstmal. Sieht irgendwie... Ist das das Batmobil? Sieht ein bisschen so aus wie das Batmobil. Ich bin... Geil. Sieht noch eins. Äh. 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 Ist das euer fucking Ernst? Zwei Humbabas? Holy. Shit. Okay, wir sind so tot. Wir sind so tot, Leute. Wir sind sowas von tot. Wir sind mehr als nur tot. Wir sind toter als tot. Ach, du Scheiße. Oh Gott, sind wir im Arsch. Oh Gott, sind wir im Arsch. Das krieg ich doch nie hin. Ich hab ja einen noch nicht mehr wirklich hinbekommen. Ach, du Scheiße. Was habt ihr geraucht? Okay, der weiß grad nicht, was er machen soll. Der dreht sich die ganze Zeit nur. Er hat's nicht mehr. Ah, der geht auf mich. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Hälfte an Schock. Der ist ja immerhin schon mal was. Oh, der spießt auf. Der hat nicht getroffen mit dem Aufspießen. Oh, ist das geil. Ist das geil. Okay, er steht auf. Der hat aber bald Schock. Der hat bald Schock. Das find ich relativ geil. Aber guck mal, wie viel der mir abzieht. Holy shit. Und dann noch der andere, ne? Oh, oh, okay. Ich hab verstanden, ich muss auf Verteidiger gehen. Nochmal, ich bin tot. Nicht ganz. Ich bin sowas von tot. Ich bin toter als tot. Das ist so wunderschön. Das ist so wunderbar. Denn ich bin toter als tot. Schalala. Das ist der neue Song von mir. Den gibt's jetzt offiziell auf iTunes. Äh. Er ist toter als tot. Okay, 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 okay. Fang muss jetzt nachsetzen machen. Ja. Ja. Komm, den kriegen wir down. Wir kriegen den down. Wir kriegen den down, Fang. Wir kriegen den down. Komm schon. Fang, nachsetzen. Ja. Ja. Komm. Komm. Nein. Den kriegen wir nicht down. Den kriegen wir nicht down. Verdammte Scheiße. Nein. Es kann doch nicht sein. Verdammte Scheiße. Oh. Warum? Oh. 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 Es war so gut. Jetzt verreckt der Haupt gleich mit. Ja, nicht so praktisch. Ich könnte eigentlich schon Odin rufen, aber das... Da ist mir der Odin jetzt zu schade für Leute. Da ist... Da wäre der Odin mir jetzt zu schade für. Weil vielleicht... Vielleicht mit viel Glück kriege ich das auch so hin. Das kriege ich so... Ja, okay. Einer ist down. Einer ist down. Okay. Leute. Ich denke, das sollten wir jetzt hin kriegen. Es ist nur noch einer. Und Tumbabas gehen eigentlich. Also... Mit einem Verteidiger machst du da auf jeden Fall definitiv nichts verkehrt. Die ziehen zwar viel ab, aber sobald du eigentlich einen Verteidiger im Team hast, sind die eigentlich machtlos. Hat man gerade gesehen. Natürlich wurde es mal einige Male knapp, aber... Das kann man verschmerzen. Alter, ey. Die sind so krank, diese Leute. Square Enix ist so krank, ne? Der hat eh sie nicht mehr schön. Weißt du was? Hope, komm mal mit. Erstens geht er schneller. Zweitens hat er schneller schon. Das Aufspießen macht ja nix. Keine Sorge. Die lässt sich gerne schon mal aufspießen. Von anderen Leuten. Äh, das habt ihr jetzt nicht gehört. Ähm. Ja. Hehe. Okay, der hat gleich Schock, aber der muss auch jetzt aufstehen. Ja, danke. Okay. Jetzt würde ich auf jeden Fall gerne wieder da hinschalten, weil... Weil ich brauche jetzt einen Heiler. Ich darf jetzt natürlich nix falsch machen, weil sonst... Der wird aber gut geheilt. Das finde ich schon mal relativ in Ordnung. Nein, nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Nein, ich bin der falsche Mann. So, Schock. Go. Go, go, go. Ich wechsel runter. Alle drauf, alle drauf, alle fucking drauf. Alle drauf. Jetzt oder nie. Ja, ich würde sagen, die Humpabas sind tot. Das war gut. Aber das hat mir gefallen. Zwar nur ein Stern. Hey, aber eine Schmutzkralle. Irgendwie viele Punkte. 6500 Euro, das ist nix. Das ist nix. Was zur Hölle ist das schon wieder? Und da sind auch noch zwei von denen. Und noch mehr Heimot. Und da oben sind noch mehr Behemots. Ihr seid doch krank in der Virne, aber... Was habt ihr geraucht? Bitte sagt mir, was die geraucht haben. Ich will das auch haben. Das ist n Chugga-Naut. Ihr kennt... Oh, das war der, den wir damals noch nicht down bekommen haben. Ne, in den Minen. Ne, hab ich recht. Okay, vielleicht kriegen wir den ja jetzt down. Wer weiß das schon. Was macht das? Was macht das? Und so ist es. Ich gebe keinen Kommentar, Leute. Ich renne hier durch. Ich renne hier durch. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Hau ab. Hau, bloß ab. Kleines Drecksvieh. Du fickst dich auch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Danke, Scott. What is this stuff? Huh, some sort of crystal? I don't like this. Is cocoon falling apart already? Could be. Maybe Orphan's having trouble holding things together with all this fighting going on. The clamor of this conflict rouses the Maker. What? Where are they? Yeah? But we're gonna stop this ruckus soon enough. Can you halt the cavalry's charge? Filled with righteousness, they will slaughter Orphan in the name of freedom. Your only recourse will be to deliver them death, swift and certain. No. Unlike you, they'll listen to reason. We will see about that. I shall savor the demise of cocoon from atop the highest seat in all of Eden. You too should hurry along to the heart of our grand capital. Your loved ones miss you so. Come, Lassi. Fulfill your destiny. Your destiny. We'll decide our own destiny. Right. Over Bartandlus' dead body. Oh, Alter. Puh. Ich dachte gerade schon, es gibt einen Kampf, ey. Oh, danke, es gibt keinen Kampf. Es gibt keinen Kampf. ich bin weg wir sind zu im arsch ich halte demnächst mal wieder ein, da werden wir so oft verrecken oh mein Gott was geht hier ab, ich will hier einfach nur noch nach Hause ich hoffe wir sehen uns imnächst mal wieder würde mich freuen bis dahin, tschüss